Moin Moin aus Ramslo. Wir wollen heute ganz gerne unser Cockpit ein bisschen auffrischen. Wir haben das eigentlich schon gemacht, aber das gefällt uns nicht ganz. Das ist ziemlich vergraut. Durch die Witterungseinflüsse ist es über die Jahre, sieht es einfach nicht mehr schön aus. Und mit Cockpitpflege und Co. kommen wir da nicht weiter. Also haben wir da mal ein bisschen gegoogelt, was man da sonst noch so machen kann und sind auf Polytrol gestoßen. Das ist ein Farbauffrischer, gerade auch so für 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 Yachten zum Beispiel, um so Gelcoat Oberschichten aufzufrischen. Und diesen Farbauffrischer gibt es aber auch für Metall Oberflächen, für Kunststoff Oberflächen und so weiter. Den haben wir uns bestellt und damit wollen wir jetzt mal versuchen, unser Cockpit ein bisschen aufzuhübschen. Und wir schauen mal, ob das Ganze funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. G� Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.